Hallo Freunde des Maronen Charmes. Willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Werkzeit Video. Was habe ich heute für euch? Heute geht es mal wieder auf Zeche. Zwar nicht die ganze Zeche, aber zu einer schönen alten Fördermaschine, die eigentlich noch in einem sehr guten Zustand ist. Wie ich gerade gesehen habe, ist die Tür offen und dann lasst uns mal gucken, wie es aussieht. Bis später. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung. BR 2018 So, wir gehen jetzt praktisch unter der Fördermaschine und unterher. Hier liegt noch ein Ventildeckel. Wir sind jetzt hier direkt unter der Fördermaschine. Wir brauchen jetzt also nur noch diese schöne alte Wendeltreppe nach oben und dann sind wir direkt da. Lasst euch überraschen. Bis später. So, jetzt sind wir hier oben an der Maschine. Was ihr jetzt im Hintergrund einmal sehen könnt, das ist einmal schon mal ein schöner Zylinder und der Fahrstand von dem Fahrer. Ich werde aber jetzt nicht viel dazwischenquatschen, sondern lasst einfach die Bilder auf euch wirken. Bis später. So, jetzt sind wir hier oben an. So, jetzt sind wir hier oben an. So, jetzt sind wir hier oben an. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wenn ihr meinen Kanal abonniert, seid ihr immer auf dem Laufen, damit es etwas Neues gibt. Das Glöckchen nicht vergessen. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis später. Ciao.